moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ja wir wollten jetzt noch ein paar kleine kleinigkeiten noch machen bauen so im grunde haben wir eigentlich 100 meister hier viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr den grill vielleicht noch aber der ist jetzt auch nicht so wichtig so unten die netzteile sind auch nicht eigentlich auch nicht mehr so wichtig für uns meister haben wir jetzt wahrscheinlich nur noch hier die wir bräuchten die wir machen wollen würden beziehungsweise hier so ein kamin könnte auch machen aber es ist eigentlich im grunde eigentlich wirklich im grunde nur noch der grill der fehlt und mehr mehr können wir jetzt auch nicht groß bauen dafür brauchen wir ja schrott klanken haben wir genug und metall baden dann machen wir eben so haben das dann auch noch wieder da rein und nehmen den hier dann raus packen dafür den da hin der auch wieder eine batterie braucht natürlich hier braucht alles eine batterie ja aber dann können wir hier nur noch so tische bauen wo haben wir nägel ja machen wir so ein tisch ist die falsche art vom tisch die ich jetzt nicht haben wollte dann wahrscheinlich eher doch diese art als deko und haben wir jetzt ja denen geht es gut hier waren die steine da die allen blätter so nehmen wir mal das holzteile hierhin also seil können wir auch noch hier umlagern warte mal hat er von hier das holz genommen okay alles klar und rest schrott packen auch wieder hierhin haben wir hier noch nägel eigentlich haben wir hier noch mehr als genug nägel haben wir neue nägel gemacht und noch mal kartoffeln so und hier dann machen wir hier ein bisschen ach so die sind die brauchen schon blumen alles klar und wie geht es denen ja sind alle da okay hühnchen hat noch kein pärchen so dann bauen wir 1 1 1 1 tisch ja machen wir hier ein bisschen weg dann machen wir hier in den tisch oder einfach so was bräuchten wir dann für spüle auch wieder planken und viele nägel gut ziehen wir mal die kompletten nägel hier raus und dann machen wir 1 2 3 4 5 6 so wird wohl reichen ne so 1 2 3 kommt noch einer hier hin ihr zwei seid im weg ja hehl bitte geh ja so und hier nochmal da können wir den grill mal wegschmeißen brauchen wir ja nicht mehr dann müssten wir eigentlich nur noch farbe herstellen beziehungsweise ich gucke mal haben wir noch genug farbe zum streichen nehmen wir den pinsel ähm so und so mal gucken ne das muss andersrum dann sein jo ah farbe reicht nicht mehr ok dann brauche ich jetzt wieder blumen blumen hatte ich ich glaube einer wird reichen also blumen brauche ich egal dann nehme ich nur die farbe das wird auch wohl reichen wie sieht sonst hier aus ja wird ordentlich gefüllt so machen wir hier auch wieder alles voll sonst haben wir hier nichts aber im grunde haben wir eigentlich nun alles hier geschafft so wie sieht es denn jetzt mit der farbe aus wir brauchen nicht mehr wir haben alles gemacht was wir machen wollten so wie sieht es damit aus jo und der ja den könnte man auch so machen der wird eigentlich an sich durch So, gleich verdursten wir wieder. Und verhungern. So, dann gönnen wir uns eben. Eins, zwei, drei. Damit der Magen erstmal voll ist. Ich wüsste jetzt aber auch wirklich von selbst gar nicht, was ich sonst noch alles machen könnte. Alles ist durch. Wir haben alle Gebiete... Also Story haben wir durch. Wir haben hier... Die gelbe Farbe könnten wir noch sammeln, aber brauchen wir das wirklich? Alles, was wir machen wollten, haben wir jetzt getan. Ja. Das... Ich bin jetzt wirklich überfragt, was wir noch machen können. So. Kameraden haben wir. Die werden alle gut versorgt. Hier kriegen die was zu essen, was zu trinken. Produzieren Eier für uns. So, liegen hier noch irgendwo... Ja, hier liegt auch nochmal eins. Ja, die Nicole, die... Die kann gute Eier legen. So. Packen wir das noch eben rein. Dann würde ich unten noch einmal mit Wasser auffüllen. Dann machen wir einfach nur... So. Oder warte, wir haben ja jetzt hier oben. Hier. Das Ding. Wie voll ist eigentlich die Batterie? Ja, okay. Die ist... Nicht mehr so voll. Müssen wir mal wieder aufladen. Aber gut, dann machen wir jetzt hier eben auch noch. Kartoffelproduktion und hier auch. Und dann auch nochmal. Alles hier gießen. Und ich glaube, für die Bienen machen wir auf der anderen Seite hier die Blumen. So, dann machen wir... Ach, hier haben wir. Ja, machen wir einmal... Einmal gelbe Blumen. Dann haben wir die Farbe wenigstens auf. Dann im Lager. So. Ach so, ist für... Für die Bienen zu weit, oder wie? Oder muss das erstmal wachsen? Ich weiß es nicht. So, ich gehe nochmal hoch. Einmal schauen, um sicher zu gehen. Haben wir wirklich alles. Oh, wir haben aber schon ordentliche Stift, muss ich sagen. Klar, ich hätte das Ding vielleicht auch als Galionsfigur hier vorne hin machen können. Würde auch geil aussehen. Das haben wir jetzt erstmal nicht. Ist aber auch so in Ordnung. So. Und können hier nochmal... Nochmal alles einladern. Viel haben wir jetzt auch nicht. Ach so. Ich wollte schon sagen. Ist der hungrig gewesen, oder wie? Ähm... Benötigt Wasser. Ist der etwa leer, oder wie? Also, der füllt jetzt wieder nach. Ja, dann ist das hier halt einfach... Für die Luft, die da rauskommt. Können eigentlich mal die anderen Ärzte auch noch einschmelzen. Weil wir sonst nichts zu tun haben, einfach gerade. Wir haben einfach nichts mehr. So, das Ding ist aber auch bald leer. Ah, okay. Das ist für die ein bisschen zu weit weg. Hier braucht das noch. Aber ja, jetzt schinden wir hier ein bisschen die Zeit. Und dann würde ich sagen, hier benötigt die Tonschale, die Suppe, lassen wir noch da. Guck mal, das sieht auch echt schön aus schon mittlerweile. Die agonische Maid. Da ist der Sonnenuntergang. Nicole hat wieder ein Ei gelegt. Hier haben wir noch ein Haustier. Eine Möwe. Aber im Grunde, wir haben hier alles. Wir haben schon alles erledigt. Hier kann ich noch nicht ernten. Okay. Wie sieht es hier aus? Das ist jetzt... So. Ja, dann schmilzt es dann halt erstmal ein bisschen. Und hier. Und hier. Stein und Seil haben wir auch mal wieder. Ich glaube, den Rest können wir doch wieder hier lassen. Nee, wir sind im Grunde durch. Alles erledigt, was wir erledigt haben wollten. Kann man nur noch ein bisschen hier aufsammeln. Und das war's. Ich finde das echt schade gerade, dass mir jetzt nichts mehr einfällt, was ich noch machen könnte. Nee, die Pfeilblätter waren hier. Kann man noch irgendwas vielleicht sonst so bauen? Vorhänge. Da könnten wir Seile für nehmen. Äh, nee. Hier. Nehmen wir erstmal die kompletten Seile hier. Und so einen kompletten Stack davon. Gucken wir mal. Äh, genau. Irgendwann nach oben. Können wir Vorhänge hier hin packen. Genau. Zwei Stück. Jo. Und hier auch nochmal. Ja. Drei sogar bräuchten wir. Was fehlt uns? Pfeilblätter. Das sind jetzt nur die Kleinigkeiten, die ich jetzt mache. Und hier nochmal. Und da haben wir Bruce. So, warte. Die Vorhänge können wir ja auch streichen. Werben. Dann nehmen wir das. Packen Seile wieder hier rein. Und die auch noch wieder hier rein. Wo haben wir die Pinsel? Pinsel. Da ist Pinsel. Und dann machen wir nur in Rot. Achso, schwarz brauchen wir auch noch dafür. So. So. Ja, sieht edler aus, finde ich. In so einem Rot. Ja, hat schon mehr Watt, finde ich. So, dann packen wir die auch wieder hier rein. Und den. So, dann können wir hier noch die Blume ernten. Die können wir auch mal ernten. So, haben wir 8 um 12. Dann packe ich aber die Kartoffeln lieber hier hin. Ah, ich wollte... Ja, okay. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ja, egal. Machen wir so. Dann hier einmal die. Ui, da war ein Ruckler. Dann einmal die, einmal die, einmal die, einmal die und noch einmal die. Und der kann hier rein. So, dann haben wir wenigstens von jeder Farbe eins gleich. Jetzt müssen wir nur noch mit Wasser auffüllen. Und auch noch mal gießen. Und die Bienen gehen wieder ab. Der braucht auch noch frisches Wasser. So, hier auch noch Kompostierer. Und unten ist gleich auch irgendwann leer. Dann mal schauen, wie schön das dann nachher aussieht. Achso, wir wollten ja die gelbe Blume unten rein tun. So, hier. Dann wird zumindest auch ein bisschen gelbe Farbe mal besitzen. Einfach nur um zu haben, einfach um zu besitzen. So, und so. Jetzt haben wir gleich schon wieder voll. Joa. Ja gut, was können wir noch machen? Da müssen wir eben noch was überlegen. Beziehungsweise wir können uns hier hinsetzen. Puffer, ate my potato, Bruce. Ich feier das immer noch. So, you want to be a pianist? How to play? Shift, higher octave. Spacebar, lower octave. Dreaming on the sea. Ja, ich schaue mal nach der Farbe unten. So, dann haben wir jetzt 18 mal gelb. Dann haben wir den hier auch wenigstens mal aufgefüllt damit. Aber wir haben hier auch noch zu viele Lager, die einfach leer sind. 1, 2, 3, 4. Vier Lagerkisten, Lagerkuchen, haben wir noch leer. Und ich sehe jetzt auch gerade gar keine Insel in der Nähe. Warte mal, wir können einfach nur, damit wir das mal gemacht haben. Wo war denn das? War das nicht irgendwo? Ein Fernglas. Gab es hier nicht ein Fernglas irgendwo? Da, Fernglas. Brauchen wir zwei Flaschen, einen Bolzen, vier Glas und vier Seile. Dann machen wir das einfach mal, damit wir das wenigstens mal gemacht haben. So, vier Seile. 1, 2, 3, 4. Einen Bolzen. Wo haben wir die Bolzen? Hier haben wir die Bolzen. Einen. So, und vier Glas. So, und nochmal zwei Plastikflaschen. Wir müssen jetzt selber hier aber nochmal trinken. Was brauchen wir für die Plastikflaschen? Kunststoff und Kletterpflaschen. Und Kletterpflaschen-Glibber. Ja, okay. Sind wir jetzt wieder viele los. 1, 2. Okay, und hier Fernglas. Dann haben wir wenigstens ein. Und können jetzt mal das machen, was echte Piraten machen, oder Seelfahrer. Wenn man hier oben ist, Ausschau halten. Und es verbraucht sich nicht. Warum haben wir das nie gebaut? Aber wenigstens haben wir das jetzt mal gemacht. Jetzt brauchen wir nochmal was zu futtern. Ah, sieht schon nice aus hier. Aber dann in dem Fall. Weil wir jetzt absolut nichts mehr zu tun haben. Nicht mehr wissen, was wir machen können. Also erstmal auch mal einlagern. Den Rest. So. So, da wir ja nichts mehr zu tun haben. Und auch wirklich nicht mehr wissen, was wir noch machen können. Und jetzt eigentlich diese Folge hier reine Zeitverschwendung war. Obwohl ein bisschen haben wir schon was gemacht. Also es ist keine hundertprozentige Zeitverschwendung gewesen. Aber in dem Sinne würde ich sagen, wir beenden jetzt das Let's Play. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Das Spiel ist schon mega geil, muss ich sagen. Hat auch riesen Spaß gemacht, hier ein Schiff auszubauen. Okay, wir haben hier die große Wiesnfläche jetzt noch nicht fertig. Haben wir noch zum Abschluss paar Delfine gesehen. Auch mega. Und dann sehen wir uns eventuell in einem anderen Let's Play oder im Stream. Ab morgen fängt dann um 20 Uhr dann halt Gothic 1 die Saga an. Hier bei mir auf dem Kanal. Also Raft. Keine Ahnung, ob ich davon noch mal eine zweite Staffel machen werde. Schauen wir mal. Oder auf Twitch noch mal spielen werde. Aber definitiv sehen wir uns auf jeden Fall noch mal wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018